Meier ist 49 Jahre alt und sein erster großer Erfolg als Dichter erscheint. Jürg Jenatsch. Ein Zwischending zwischen Roman und Novelle. Seine Schweizer Mitbürger fangen an, ihn zu achten. Er findet im selben Jahr eine elf Jahre jüngere Frau, die bereit ist, ihn zu heiraten und die ein großes Vermögen mit in die Ehe bringt. Konrad Meier darf nun auch im bürgerlichen Leben den Vornamen seines Vaters in seinen Pass eintragen lassen und heißt nicht nur als Dichter Konrad Ferdinand Meier, was ihn sehr stolz macht. Zwei Segel. Zwei Segel erhellend die tiefblaue Bucht. Zwei Segel sich schwellend zu ruhiger Flucht. Wie eins in den Winden sich wölbt und bewegt, wird auch das Empfinden des Anderen erregt. Begehrt eins zu hasten, das andere geht schnell. Verlangt eins zu rasten, ruht auch sein Gesell. Vier Jahre nach der Hochzeit wird die Tochter Camilla geboren und die Schwester Betsy, von seiner Frau Luise eifersüchtig verfolgt, muss den Haushalt, die Ménage à trois, verlassen. Das ist hart für den Ehemann, denn Betsy war nicht nur seine Schwester, sondern auch seine Sekretärin, seine Kritikerin und oft auch seine Mitautorin. Im nächsten Gedicht tut er so, als ob sie schon gestorben sei. Wie fühl' ich heute deine Macht, als ob sich deine Wimper schatte vor mir auf diesem Ampel hellen Blatte um Mitternacht. Dein Auge sieht begierig mein entstehend Lied. Dein Wesen neigt sich meinem zu. Du bist's, doch deine Lippen schweigen und liesest du ein Wort, das zart und eigen. Bist's wieder du, du Herzensblut, indes dein Staub im Grabe ruht? Mir ist, wenn mich dein Atem streift, der ich erstarkt an Kampf und Wunden, als seist in deinen stillen Grabestunden auch du gereift an Liebeskraft, an Willen und an Leidenschaft. Die Marmorurne setzten dir die deinen, um dich zu vergessen. Sie erbten, bauten, freiten unterdessen, du lebst in mir. Wozu beweint? Du lebst und fühlst mit mir vereint. Dieses Gedicht entfernte Meyers Frau nach des Dichters Tod aus seinem Werk voller Eifersucht auf Betsy. Nachtgeräusche Melde mir die Nachtgeräusche, Muse, die ans Ohr des Schlummerlosen fluten. Erst das traute Wachtgebell der Hunde, dann der abgezählte Schlag der Stunde, dann ein Fischerzwiegespräch am Ufer, dann nichts weiter als der ungewisse Geisterlaut der ungebrochenen Stille, wie das Atmen eines jungen Busens, wie das Murmeln eines tiefen Brunnens, wie das Schlagen eines dumpfen Ruders, dann der ungehörte Tritt des Schlummers. 1864, als 39-Jähriger schrieb Konrad Ferdinand Mayer noch, ich bin fast 40 Jahre alt und habe eigentlich nichts geleistet. Aber mir fällt oft Cervantes ein, der erst nach den 60er-Jahren berühmt wurde. Das tröstet mich. Ich habe also noch Zeit. Aber ich habe auch die Gewissheit, durchzudringen, ganz dezidiert durchzudringen, mit viel Schweiß nach Jahr und Tag. Tatsächlich lag sein erster Lyrikband mit dem Titel Gedichte fast 20 Jahre später vor. Und er wurde so im Alter noch wie Theodor Fontane, der im selben Jahr 1898 starb, wie Konrad Ferdinand Mayer, ein berühmter Dichter, der durchgedrungen war. Vom Spätboot, das die letzten Fahrgäste tief in der Nacht zu ihren jeweiligen Wohnorten am Zürichsee bringt, handelt das folgende Gedicht. Im Spätboot Aus der Schiffsbank mach ich meinen Pfühl, endlich wird die heiße Stirne kühl. Oh, wie süß erkaltet mir das Herz. Oh, wie weich verstummen Lust und Schmerz. Über mir des Rohres schwarzer Rauch wiegt und biegt sich in des Windes Hauch. Hüben hier und wieder drüben dort hält das Boot an manchem kleinen Port. Bei der Schiffslaterne kargem Schein steigt ein Schatten aus und niemand ein. Nur der Steuerer noch, der wacht und steht, nur der Wind, der mir im Haare weht. Schmerz und Lust erleiden sanften Tod. Einen Schlummer trägt das dunkle Boot. Sein Werk war im Verlauf von nur zwei Jahrzehnten entstanden, nämlich von 1871, als Huttens letzte Tage erschien, bis 1891, als er einen geistigen Zusammenbruch erleidet und sieben Jahre im Kreise seiner Familie in seinem Haus auf dem Kilchberg bei Zürich in geistiger Umnachtung dahindämmert und schließlich an einem Herzanfall stirbt. Auf dem Kanal Grande betten tief sich ein die Abendschatten, hundert dunkle Gondeln gleiten als ein flüsterndes Geheimnis. Aber zwischen zwei Palästen glüht herein die Abendsonne, flammend wirft sie einen grellen breiten Streifen auf die Gondeln. In dem purpurroten Lichte laute Stimmen, hell Gelächter, überredende Gebärden und das frevle Spiel der Augen. Eine kurze kleine Strecke treibt das Leben leidenschaftlich und erlischt im Schatten drüben als ein unverständlich Murmeln. Gäste 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 Gäste